Soll ich denn in die Botanik reinkommen, man? Mann! Wie soll ich in die Botanik? Jetzt mal ernsthaft, die lässt mich ja nicht mal rein. Muss ich das jetzt echt kurz nachgucken, wie ich da einkomme? Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich hab echt fünfte Verlässerung und ich hab die noch nicht einmal eingesetzt. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich hab's vergessen. Oh. Der Mörder meiner Familie statt. Wie nennt man einen Detektiv, der erst die Hälfte der Aufgabe bewältigt hat? Verlierer? Ich will jetzt diese Arkham-Sache, dieses Arkham-Geheimnis haben, Mann. Der Mörder meiner Familie stand vor mir. Jahre der Therapie hatten ihn gefestigt. Ich war froh, ihn frei herumlaufen zu sehen. Im Tausch gegen seine Freiheit verlangte der Staat nur eine Unterschrift. Er sprach davon, dass er gern in den Park gehen würde und dass er sich nach frischer Luft auf seinem Gesicht sehnt. Und dann nahm er den Federhalter meines Vaters und tötete meine Sekretärin. Als er überwältigt wurde, schrie er. Er bat um Vergebung, um Mitleid. Aber ich hatte keins. Ich sah zu, als ihn die Wächter zusammenschlugen. Das war shit. Jetzt mal ernsthaft. Kannst du einen Verstand wie meinen besiegen? Erinnerst du dich an die Waze? Oh, es lebt noch. Ich finde das krass, weißt du, er hätte den Mörder seiner Eltern in Therapie und der Mörder bringt einfach die Sekretärin wieder um. Dein Kleid Pentohol Hehehe, mehr Nahrung für meine Pflanzen. wo geht so lang also muss ich jetzt erstmal hier runter hat das reicht wenn ich jetzt hier rausgehen hat ich muss mir echt mal einen anderen kommentatoren-stil ausdenken bist du bereit für mich? ja glaubst du du wirst mit mir fertig? ja nein werde ich nicht ich frag dich jetzt rein, komm zu mir mhm hast du Angst Batman? das wolltest du, du bist nur ein Mann und? ich habe mich rückversichert Batman mhm sie werden einfach sterben, wenn mir etwas passiert ich weiß ja nicht was du willst auf Ivy aber für mich ist das nichts bin ich jetzt richtig? bin ich am Eingang? oh nein jetzt heißt es Poison Ivy bekämpfen ich lass dich das nicht zerstören Batman ich hab gesagt du sollst in deine Zelle gehen ich war ein Narr ich dachte die Pflanzen hätten Schmerzen jetzt weiß ich dass sie gewachsen sind und stärker wurden mhm oh mein Gott jetzt wachsen wir zur Sache ich weiß nicht aber nicht nehme nicht ich Nein Toot! Nein. Ich muss besser aufpassen. Bis jetzt schon geiler, geiler Sound. Tut mir leid Liebling, du wurdest geflückt. Tut mir leid, also, oh man. Neuer Versuch. Danke. Danke. Meine Pflanzen werden dich und ein krassschwares Kopf und zerpuffen. Fühlst du den Druck? Unterwürf dich aller stärkeren Machtbecken. Das ist plötzlich ein defekt, nicht grün ist. Nein, das ist ganz schön knapp. Oh nein, jetzt muss ich ausreißen. Du bist jetzt nur noch Nahrung, dein Name. Neuer Versuch. Du bist tot und begraben, Liebling. Super, neuer Versuch. Meine Güte, ey. Die ist echt schwierig. Also natürlich einfach, wenn man ausweichen kann, ne? Kann ich das bitte überspringen? Ich bin stärker als du, kleiner Mann. Nein. Unterwürf dich einer stärkeren Macht. So. Shit. Das ist eine andere Welle. Oh. Oh, schon zur Hälfte? Aber das ist vielleicht die erste Hälfte. Oder jetzt ein Viertel, da musst du auch. Vielleicht steht mir auch noch zu doof an, wenn ich hier rumspringe. Oh, das ist knapp. Oh. 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 Oh, das war knapp. Oh ja, geh wieder in diese Position, da krieg ich die am besten. Oh. 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 Komm, mach nochmal auf. Achso, ich habe mich regeneriert. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Ich wäre am Ende. Oh. 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 Oh mein Gott. Oh. 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 Das war's für heute. Ich werde da überhaupt besser ran werden. Grimme noch, dass ich da überhaupt besser ran werde. Ich fahre, ich muss ihn noch mal wieder ran. Nein! nein ohne einsteiger Nein, ah, ah. N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Han-N-N-N-N-N-N-N-N relaxation Bitte nicht Oh, nein! Sterbe. Einen Rissen lassen komplett. ... Meine Güte... So... Er verfügt nicht zusammen! Nein! Der fliegt weg! Komm! Meine Pflanzen werden dich und deine hauptzahmen Sonnen klettern! Boah! Zweite Haltung! Und wieder runter! Und wieder die Folgen! Und wieder runter! Oh! Ist aber fix! Alter ist sie stark! Und wieder runter! Oh! Oh! Meine Güte, oh mein Gott, einfach nur ein Durchhaufen. Das gleiche. Oh, der riesen Federmaus. Oh, Mann, 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 Mann. Man, Mann, 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 Mann. Er ist jetzt nur noch Sph Bernardin. Fuck ey, ich hatte es fast. Tut mir leid, Liebling. Du wurdest geplückt. und ein neuer versuch letzter versuch ich brauche hier ja 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 Ja, schlag ihn nochmal! Ja, schlag ihn nochmal! Ja, schlag ihn nochmal! Ja, schlag ihn nochmal! Ja, schlag ihn weg! Ja, schlag ihn nochmal! Ja, schlag ihn weg! Ja, schlag ihn weg! Ja, schlag ihn weg! Ja, schlag ihn weg! Greedy! Am Ende bin ich immer zu greedy! Tut mir leid, Liebling! Du wurdest gepflückt! Ja, schlag ihn weg! 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 Ja! Untertitelung des ZDF, 2020